Ja, herzlich willkommen auch von mir. Parteitag machen wir zum Schluss. Das Schöne kommt immer am Ende. Also erstmal zu Gauland, was weniger schön ist. Ich finde, jemand mit einem Geschichtsverständnis von Herrn Gauland hat in diesem Bundestag nichts verloren. Und er hatte auch nichts verloren in einer Rolle als Fraktionsvorsitzender einer Partei. Es war im Übrigen Nachkriegskonsens, dass der Holocaust, dass der Faschismus ein einzigartiges Moment in der Geschichte war. Und zwar ein grausames. Und jemand, der das verharmlost, der verletzt den demokratischen Konsens in dieser Gesellschaft, wie er über Jahrzehnte geherrscht hat. Es ist im Übrigen auch nicht sein erster Ausfall. Er nutzt ja jede Gelegenheit, praktisch rechte, faschistische Positionen zu rechtfertigen, um es dann hinterher wieder zu relativieren. Das ist ja die Methode, die wir die ganze Zeit schon sehen. Aber mit dieser Äußerung ist das Maß voll. Und ich finde, Herr Gauland muss zurücktreten von seiner Rolle als Fraktionsvorsitzender. Er muss auch zurücktreten von seiner Rolle als Bundestagsabgeordneter. Er hat in diesem Bundestag nichts verloren. Und es drückt natürlich aus, in welchem Ausmaß die AfD in den letzten Monaten oder in dem letzten Jahr nach rechts gegangen ist. Also es ist ja ein einziger kontinuierlicher Prozess nach rechts und ein einziger Prozess der permanenten Grenzüberschreitungen, wo Provokationen gemacht werden, die die Grenze des Erlaubten überschreiten. Zum Teil werden sie zurückgenommen, aber inzwischen werden sie nicht mal mehr zurückgenommen. Und ich finde, da ist von uns auch eine eindeutige Ansage erforderlich, auch von den anderen Parteien, dass man diese Grenzüberschreitungen nicht toleriert. Diese Giftpfeile, diese Brunnenvergiftung, diese Hetze gegen Ausländer, gegen Muslime, gegen Flüchtlinge, all das darf nicht toleriert werden. Und das läuft auch völlig außerhalb des demokratischen Konsens in dieser Gesellschaft. Zum zweiten Thema, sachgrundlose Befristungen. Wir haben schon immer sachgrundlose Befristungen kritisiert, als unnötig, als eine Verlängerung der Probezeit, als ein arbeitsmarktpolitisches Instrument, das die Deregulierung am Arbeitsmarkt vorantreibt und die Leute in permanente Unsicherheit stürzt, sodass sie ihre Zukunft nicht planen können, weil sie ständig verunsichert sind. Was kommt denn auf mich zu? Habe ich in zwei Monaten noch einen Arbeitsplatz oder habe ich keinen? Dass jetzt rauskommt, dass die Bundesregierung hier selber mit schlechtem Beispiel vorangeht, überrascht mich gar nicht. Wir wissen alle, dass der öffentliche Dienst eine Einrichtung ist, die ganz stark sachgrundlos befristet, bis runter in die Kommunen. Ich bin völlig der Meinung, dass das unzulässig ist, nicht rechtlich unzulässig, aber moralisch unzulässig ist. Der öffentliche Dienst muss mit gutem Beispiel vorangehen, für gute Arbeit und nicht mit schlechtem Beispiel für schlechte, deregulierte Arbeit. Und die Bundesregierung müsste mit viel besserem Beispiel vorangehen. Dass ausgerechnet die Bundesregierung hier mit dem schlechtesten Beispiel vorausgeht, ist völlig unverständlich. Der Gesetzesentwurf, der von der Großen Koalition jetzt vorbereitet wird, ist völlig unzureichend. Das muss man dazu sagen, dass sie praktisch eine Grenze setzen bei 75 Beschäftigten. Das trifft ganz viele Betriebe nicht, im Übrigen auch ganz viele Konzerne nicht. Also Läden wie H&M, die generell befristen, die im Übrigen auch noch 10 Stunden Verträge machen, also in jeder Hinsicht deregulieren, sind eben alle selbstständige Filialbetriebe. Das sind Konzerne mit tausenden von Beschäftigten, genauso viele Speditionen, viele Einzelhandelsbetriebe. Die sind alle unter 75 Beschäftigten in der einzelnen Filiale, was ein eigenständiger Betrieb ist, sodass in Wirklichkeit in vielen Bereichen gar keine wirkliche Waffe gegen die Befristungen ist. Deswegen bleiben wir dabei, sachgrundlose Befristung muss generell abgeschafft werden für alle Betriebe. Es gibt keinen Grund. Wie gesagt, als ich ins Arbeitsleben eingetreten bin, das glaubte ja gar niemand mehr, gab es gar keine Befristungen. Es gab sie nicht. Es war üblich, drei Monate Probezeit zu haben und danach hatte man einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Und zu dieser Normalität müssen wir wieder zurückkehren. In einer reichen Gesellschaft muss es einfach normal sein, dass ich meine Zukunft planen können muss und nicht in ständiger Unsicherheit lebe. Und die Frage der sachgrundlosen Befristungen oder überhaupt der Befristungen, dazu gehören auch Kettenarbeitsverträge, die nach wie vor zulässig sein werden. Wenn man Gründe dafür hat, auch dort sind wir dagegen und sagen, ab der zweiten Befristung, beziehungsweise nach der zweiten Befristung, muss das Arbeitsverhältnis in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt werden. Dort haben wir ja sehr viele, wirklich große Probleme selbst in den Universitäten, mit dauerhaften und immer wiederholten Befristungen. Und die Frage der Befristungen muss man sehen als Bestandteil einer umfassenden Regulierung des Arbeitsmarktes. Es geht nicht nur um die Befristungen, es geht einfach darum, dass wir wieder ein neues Normalarbeitsverhältnis herstellen, wo die Leute von ihrem Lohn leben können, wo sie ihre Zukunft planen können, wo sie nicht entrechtet sind in der Arbeitswelt und wo sie auch eine Rente ansparen können, die ihnen den Lebensstandard sichert. Zu so einer umfassenden Regulierung fällt leider dieser großen Koalition der Mut und offensichtlich auch die Fantasie, aber es wäre dringend erforderlich. Zu unserer eigenen Situation. Wir haben am kommenden Freitag den Beginn unseres Parteitages. Wir hatten jetzt am Wochenende nochmal eine Parteivorstandssitzung, wo die Änderungsanträge zum Leitantrag des Parteivorstandes beraten wurden. Ich kann mal vorab sagen, es gab keinen einzigen Änderungsantrag, der in der Frage der Flüchtlingspolitik die bisherige inhaltliche Ausrichtung der Partei verschieben würde. Also liegt bisher nicht vor. Ich erwarte ja auch nicht, dass das noch, oder das ist ja auch jetzt gar nicht mehr möglich. Also ich gehe mal davon aus, wir werden einen Leitantrag haben, der die bisherige Positionierung der Partei bestärkt in dieser entscheidenden Frage und der damit eine inhaltliche Klärung herbeiführt in einem Konflikt, der eben auch öffentlich ausgetragen wurde. Aber ich finde, es ist die Aufgabe eines Parteitages. Wenn es unterschiedliche Meinungen zu zentralen Fragen gibt, die auch öffentlich geäußert werden, was ja zulässig ist, dann muss eben der Parteitag dafür sorgen, dass eine inhaltliche Klarstellung vorgenommen wird. Ich lege sehr viel Wert darauf, dass es um eine inhaltliche Klarstellung geht und dass wir einen Parteitag machen, der inhaltliche Erklärungsprozesse vorantreibt und aus dem die Partei dann auch gestärkt hervorgehen wird. Ich finde deshalb auch nochmal wichtig zu betonen, dass wir auch einige Botschaften nach außen haben. Wir haben eine sehr erfolgreiche Kampagne zur Pflege aufgelegt, die begonnen hat, wo wir sagen, 100.000 Pflegekräfte mehr in den Krankenhäusern, 40.000 in der Altenpflege. Und der Parteitag wird die Botschaft ausgehen, da nochmal eine Schippe draufzulegen, also da weiterzumachen bei einer Kampagne, die schon jetzt sehr erfolgreich angelegt wird. Wir haben einen Schwerpunkt beim Wohnen. Wohnen, bezahlbarer Wohnraum, wird eine der zentralsten sozialen Fragen unserer Zeit werden. Oder ist es schon? Und deswegen macht die Linke eine breite Kampagne. Ab September 250.000 Sozialwohnungen pro Jahr mehr und eine Deckelung der Mieten. Weil heute sind schon die Mieten viel zu hoch, zumindest in den Großstädten und in den Ballungsräumen. Und das wird eine ganz zentrale Auseinandersetzung für die Partei sein. Und diese Auseinandersetzung wird auch eine große Rolle, diese gesellschaftliche Auseinandersetzung auf dem Parteitag spielen. Also wir sind nicht für uns selber da, nur damit wir eigene Nabelschau betreiben, sondern wir sind dafür da, die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung, der Beschäftigten, der Rentner, der Erwerbslosen zu vertreten. Und von diesem Parteitag wird auch ein starkes Signal für diese Interessenvertretung ausgeben. Ich bin überzeugt, dass wir in guter Atmosphäre, in guter Diskussionskultur diese Fragen klären werden. Ich bin auch überzeugt, dass dem Leitantrag des Parteivorstandes eine deutliche Mehrheit der Delegierten folgen wird. Das spürt man so ein bisschen, wie die Stimmung in der Partei angelegt wird. Und dass wir danach in der Tat uns die Schwerpunkte der politischen Auseinandersetzung mit dem Gegner, nämlich mit der Großen Koalition und den anderen Parteien, stärker widmen können. Frau Christiane. Ich habe jetzt mehrere Fragen. Es haben sich ja jetzt eine Gegenkandidatur für den Bundesgeschäftsführer, aber wir haben eine Frage Tempel, wie bewerten Sie diese? Dann, wenn Sie sagen, inhaltliche Erklärung, was begründet Ihr Vertrauen, dass der Streit danach tatsächlich beendet wird und nicht weitergeht. Und dann gibt es im Vorbild, es gäbe auch Anträge, dass die Linke ausschließen möge, sich einen Untersuchungsausschuss-BAMF also den auch zu fordern oder da anzuschließen. Gibt es die, wenn die auch beraten, dass es die Entwirkung zu tragen gibt? Also zur ersten Frage, die Gegenkandidatur ist mir zumindest offiziell nicht bekannt. Ich äußere mich auch nicht zu Kandidaturen. Also wir haben einen Vorschlag gemacht mit Jörg Schindler, von dem wir überzeugt sind. Und der Parteitag hat die Entscheidungsbefugnis. Der wird sich entscheiden, welchen Kandidaten er wählt. Und jetzt müssen wir erst mal sehen, ob eine offizielle Kandidatur, die ist bisher bei uns nicht eingegangen, ob eine offizielle Kandidatur angemeldet wird. Ich sähe dem aber mit großer Gelassenheit entgegen. Zweitens das Vertrauen, dass es danach akzeptiert wird. Ich selber bin so gestrickt, dass ich vollkommen das höchste Organ unserer Partei respektiere. Das sollten im Übrigen alle Führungskräfte tun. Wir alle haben praktisch ihre Führungsfunktion, dieser Partei zu verdanken und dem Engagement der vielen Mitglieder und der Delegierten. Und wenn diese Delegierten eine Entscheidung fällen, dann finde ich auch, dass man die respektieren muss. Auch wenn man selber anderer Meinung ist, die man ja immer äußern kann innerhalb der Partei und gucken kann, dass man für Mehrheiten wirbt das Gebiet der Respekt vor den gewählten Delegierten. Es gibt, zur dritten Frage, es gibt Anträge gegen den Untersuchungsausschuss zum BAMF und die werden auch behandelt. Herr Eischmann. Können Sie noch mal eine Position, wenn es da liegen würde, wie würden Sie da liegen? Zum BAMF, oder? Genau. Naja, wir haben ja morgen eine Fraktionssitzung, wo das ganz sicher Thema sein wird. Meine persönliche Haltung und ich glaube auch von vielen in der Partei ist, dass wir das nicht machen sollten. Wir sollten keine Untersuchungsausschüsse machen, wo andere Interessenslagen dahinter stecken, wie wir vielleicht hätten. Also die FDP hat sich ja hervorgetan als jemand, die eine restriktivere Asylpolitik will, die eine Verschärfung der Asylgesetze will. Und ich habe die Befürchtung, dass das sehr stark benutzt wird in diese Richtung. Dass wir nichts zusammen mit der AfD machen können, hat sich ja die Fraktion selber verordnet. Sie hat ja selber eine Umgangsform mit der AfD beschlossen. Und da ist klar drin, dass wir keine gemeinsame Sache mit der AfD machen und schon gar nicht in dieser Frage. Dazu kommt, dass der Gegenstand der Auseinandersetzung 1.200 Asylanträge sind, die großzügig bewilligt wurden, überwiegend Jesiden. Gleichzeitig haben wir aber den doch auch herauszuhebenden Problemfall, wenn der erste überhaupt einer ist, was ich bezweifeln würde, dass 30.000 Asylverfahren von den Gerichten quasi anders entschieden wurden wie vom BAMF. Und ob es dann der Linken gelingt, diesen Zusammenhang stärker in den Vordergrund zu stellen, zusammen mit der FDP und den Grünen, da habe ich doch gewisse Zweifel. Das wäre ja der einzige Grund, wo wir darüber diskutieren könnten. Was vielleicht noch wäre, wäre eben, sagen wir mal, die personelle Unterauslastung des BAMF, die wir ja immer kritisiert haben. Dazu brauchen wir aber keinen Untersuchungsausschuss, um das festzustellen. Das wissen wir, dass dort zu wenig Leute sind, dass dort vor allen Dingen zu wenig gut ausgebildete Leute sind, die also auf diese Anforderungen vorbereitet sind. Und da haben wir immer schon gefordert, dass mehr gemacht werden muss. Und dort, wo praktisch illegale Sachen ablaufen, da muss eben die Staatsanwaltschaft tätig werden und die entsprechenden Aufsichtsbehörden. Das wird man auch nicht klären können über einen Untersuchungsausschuss, der vielleicht in zwei Jahren Erfolge oder Ergebnisse zeitigt. Aber ich befürchte eben ganz stark, dass wir das nicht mit unserem Tenor dominieren können. Herr Bochow und Herr Schneider. Herr Lichtenau, wenn die Kandidatur nicht offiziell eingegangen ist, die Sitz der Vorhine, Sie gingen auf einen, fürchten Sie da nicht, dass sozusagen über die Abstimmung zum Bundesgeschäftsführer sich die Auseinandersetzungen der Vertragung der Faktionsspitze Bahn berechnen, oder über die Tiefel, um die zweite Frage, was andere zu vorwirken, dass die Parteiführung der Siegelsfall, Kibbing, gegen Frau Wagenkirch nicht infizieren kann, die Verarbeitung. Erstmal zur Kandidatur. Nein, es ist doch völlig legitim, dass unterschiedliche Leute unterschiedlicher Strömungen kandidieren. Ich habe bei vielen Parteitagen die Erfahrung gemacht, dass unsere Delegierten sehr weise entscheiden. Also in diesen Fragen, wo es um Kontroversen gibt und sehr viel Verantwortungsbewusstsein für den Zusammenhalt der Partei zeigen. Das hat sich durch alle Parteitage durch erwiesen. Die Vorwürfe sind völlig unberechtigt. Ich wüsste nicht, dass ich in dem letzten halben Jahr eine einzige öffentliche Aussage gegen Frau Wagenkirch gemacht habe oder da so zurückgekartet habe, wie das vielleicht manchmal sogar verständlich gewesen wäre, angesichts der Angriffe andersrum. Ich habe das nicht gemacht und ich werde das auch nicht in der Zukunft machen. Das ist mir auch zu blöd, mich auf so eine Ebene einzulassen. Es ist auch nicht so, dass es Mobbing ist, wenn die Partei eine andere Position hat und die von den Parteivorsitzenden formuliert wird. Das hat nichts mit Mobbing zu tun. Ich habe auch niemals beim Leben gesagt, dass man Frau Wagenkirch wegmobben soll. Das halte ich alles für eine Auseinandersetzung. Die sollte man beiseite lassen. Wir sollten uns auf die inhaltlichen Fragen konzentrieren und da muss der Parteitag ganz sicher eine Klärung herbeiführen, eine Richtungsentscheidung treffen und darauf sollten sich alle einstellen und konzentrieren. Scheint mir der vernünftigere Weg zu sein. Herr Schneider. Herr Rixinger, Sie haben gerade im Grunde gesagt, nein, ich nicht, aber die anderen schon, die anderen haben uns oder Sie, also die Fraktionsführung, schon heftig in einer Form angegriffen, die Sie als persönlich und nicht politisch angebracht verstehen. Das habe ich so richtig gedacht. Ja, das kann ja jeder nachprüfen. Also wer öffentlich wen kritisiert hat, ist der leicht nachzuvollziehen. Ich habe immer gesagt, meine Aufgabe ist, die Partei zu stärken, die Partei zusammenzuhalten als Parteivorsitzender. So verstehen wir beide unsere Rolle. Katja Kipping und ich und die werden wir auch weiterhin so ausüben. Aber in der Sache sind wir natürlich klar. In der Sache haben wir einen klaren Standpunkt und den werden wir auch auf dem Parteitag nicht verschweigen. Eine andere Frage wäre, Sie haben in Bezug auf die Flüchtlingsfrage hier tatsächlich kontrovers ist in der Partei, also auch wenn Sie jetzt vorgetragen haben, dass zum Leitantrag keine grundlegenden Änderungsanträge gekommen sind. Sie haben dazu gesagt, Sie erwarten zum Leitantrag eine klare Mehrheit, damit auch eine klare Mehrheit zu dieser Position. Müssten Sie sich nicht wünschen, dass es in Leitzig dazu jetzt eine klare Auseinandersetzung gibt, die auch dort öffentlich gegründet wird? Und werden Sie die Gegenseite in der Partei zu so einer Auseinandersetzung verfolgen? Ja, wir haben ja immer gesagt, dass in der Sache kontrovers gestritten werden kann und dass wer die politischen Positionen der Partei vom Wahlprogramm, vom Grundsatzprogramm ändern will, dass der oder die Mehrheiten auf dem Parteitag suchen müssen. Das finde ich das normale demokratische Verfahren. Und das kann ich jetzt nicht erkennen. Das ist in der Tat, hätte ich gar nichts dagegen gehabt, dass das passiert. Aber trotzdem wird natürlich der Parteitag die Position diskutieren. Ja, völlig klar, die sind in der Öffentlichkeit, das ist ein Bestandteil der öffentlichen Auseinandersetzung. Es wird ganz sicher, also alles andere würde mich überraschen, in der Generaldebatte eine Diskussion geben, es wird Äußerungen dazu geben und dann steht ja auch der Leitantrag zur Abstimmung. Und mehr können wir von unserer Seite jetzt nicht machen. Und eine Nachfrage ist, es geht ja auch dieser Tage immer wieder um die sich irgendwie entwickelnde Sammlungsbewegung der Leitantrag. Haben Sie sich das von der Verstand jetzt am Wochenende dann beschäftigt? Es bleibt, ich weiß gar nicht, Ihre Position so, dass Sie, darüber habe ich es bisher immer verstanden, im Grunde sagen, Ich hätte auf alle Fälle begrüßt, dass quasi so eine strategische Frage, wie Sammlungsbewegung mit der Partei diskutiert wird. Das ist bisher nicht erfolgt. Also die Partei ist jetzt offiziell gar nicht damit konfrontiert, sondern nur über die Medien und über die Öffentlichkeit. Meine Aufgabe als Parteivorsitzender ist, die Partei zu stärken. Und ich werde auch nochmal auf dem Parteitag deutlich machen, dass wir gerade auf einem guten Weg sind, dass wir Rückenwind haben. Also wir sind in Berlin gerade die stärkste Partei. Wir haben bei der Bundestagswahl, also in den Umfragen, Wir haben Rückenwind, wir steigen in den Umfragen. Wir haben einen Riesenzuwachs von jungen Leuten. Wir haben Oberbürgermeisterwahlen im Osten gewonnen. Jetzt beim neuen Sachsen-Anhalt-Rennen haben wir die AfD deutlich hinter uns gelassen. Die sind um 5 Prozentpunkte runter, wir um 4 Prozentpunkte hoch. Jetzt sind natürlich Umfragen keine Wahlen, aber man spürt ja, dass die Linke hier auf einem guten Weg ist. Und ich glaube, dass alle gut beraten sind, dass wir dieses Projekt einer linken Partei, die ja eine Sammlung unterschiedlicher Kräfte und unterschiedlicher Strömungen ist, dass wir dieses Projekt stärken. Wogegen wir überhaupt nichts haben. Und was wir ja selber betreiben, ist, dass wir Bündnisse schließen in der Gesellschaft. Also dass wir Leute zur Zusammenarbeit auffordern, in punktuellen Fragen, die nicht quasi mit dem Programm der Linken zu 100 Prozent einverstanden sind, aber die sagen, ja, wie die Sozialverbände oder wie Gewerkschaften, aber mit eurer Position zur Rente sind wir einverstanden oder mit eurer Position zur Pflege sind wir einverstanden, da machen wir was mit euch, sodass wir einen gesellschaftlichen Druck auf die Bundesregierung ausüben. Das steht ja auch im Leitantrag als Konzept der Partei selber dahinter. Und dieses Konzept werden wir weiter verfolgen. Naja, ich weiß ja immer noch nicht, was genau damit gemeint ist. Also es ist ja offensichtlich jetzt nicht mehr gemeint, dass man eine eigene Partei gründen will. Das finde ich ein Fortschritt. Aber was jetzt gesammelt werden soll und was außer einem Internetauftritt gemacht werden soll, dass man sagt, wir üben Druck auf die Parteien aus. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, welcher Druck auf uns ausgeübt werden soll, um soziale Politik zu machen, um Sozialstaatspolitik zu machen und um Friedenspolitik zu machen. Das macht die Linke ja schon die ganze Zeit. Wenn der Versuch gemacht wird, da weitere Bündnispartner zu finden, habe ich nichts dagegen. Wenn damit eigene Strukturen aufgebaut werden, die doch in Richtung Parteigründungen oder Ähnliches gehen, habe ich sehr wohl was dagegen. Also ich halte das für einen falschen Ansatz.